Hallo zusammen, drei höchst verantwortungsvolle Menschenliebhaber kommen zu WOTS, beziehungsweise vielleicht nicht direkt, ja doch, zum Teil direkt und zum Teil per Presseartikel und am Ende der Sendung gibt es dann noch so ein bisschen was Persönliches von mir und wen das dann interessiert, sehr gerne anzuschauen bei VK, bei Bitshoot, die sich den Trailer bei WICNUS TV anschauen, wisst ihr ja, kennt ihr ja bereits den entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit und dann vielleicht und hoffentlich bis gleich, Tschüss!